Der Stockanfall hat angestorben Schnell rüber, schnell, dass wir nicht runtergeschossen werden Taster Hä, was machst du? Ich wollte den kill lassen Martin, keine Ahnung was er gemacht hat Da ist noch ein Elikid für dich Ist er wirklich an Fallschaden gestorben oder was? Ja, ich hab ihn in den Boden runtergeschossen Da waren 2 Medipack Ist ja egal, jetzt ist er spät Ich renne einfach zurück schon Braust du Baumaterial? Ich hab 200 Bricks Wo ist er? Wo ist er? Alter, wie weit sind die denn weg? Ich seh die gar nicht Hat ein Hit von mir der eine? Der macht Sniper Action Ja, aber die Stämme jetzt am Oder? Na klar, die... Ja natürlich wieder neben unten Ja, die machen der Base Einer hat 2 bekommen Warte Wie wollen wir die holen, hä? Wie willst du die holen? Gar nicht Und von links schießen auch gegen oder so Natürlich, wir können keine Einer hat die Einer ist One-Hit von denen Einer Ja Geh mir so viel abgezogen Wie der unnötig Ja, weil die da so unnötig da oben eine Base haben Und du kommst ja nicht hin, weil du da eine Base oben auch ein Berg ist Und du musst dich hochbauen SW im Wasser rennt dein Alien Hat ein Hit von mir? 2 Hits Hat 2 Hits von mir der Typ Was tut denn denn? Er braucht dich selber Da, hey, 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 schau, schau Mucci ist kaputt, einfach da Idioten Hab ihn getroffen einmal Ja Und der eine ist übergestorgen Er liegt ja irgendwo in der Der geht zum Alien, der Typ Der Alien baut hoch, ja Alien schießt auf dich, trug dich, trug dich, der Sniper Auch mich? Ja Der Sniper, der Der geht zum, wir müssen da hin Da ist die Sohn Ah, da ist auch der Sohn Der geht grad hoch Hä? Was hast du da gemacht? Ich weiß es nicht, ich hab mich verdrückt Ich hab anstatt, äh F Anstatt V habe ich F gedrückt Da ist nicht den Weg hin Hast du das gesehen, was ich gedrückt hab? Ich muss das V ändern Das funktioniert nicht mehr Weil da kommt immer diese Meldung Gibt's auch ein Feuerstück Der ist hier links hoch Oh mein Gott, wie schlecht Hey, wo ist das denn? Ich hab beide geholt Du bist von der 3, Sarah Hier baut doch einer bei mir Wo denn? Hier hat einer in den Teppel gerade gebaut Das war ich wahrscheinlich Nein Hinter mir Weiß nicht Haben die blauen M4 gehabt? Ja, vielleicht ist der blauen M4 glaub ich Wie viele Minis hatten die? 2, ich gibt ja Ich nehm Bandage mit, wo die sind die? Ja, irgendwie Ja, ja Ja, das weiter Wie viele Käsern hast du? 6 Ich hab vier Brauchst du Holz? Nein Geh, ich hab 400 Wie schlecht waren denn? Der Typ sitzt da unten so und nimmt so den Loot von dem Anderer. So Munitionverschwendung. Warum rennen die weg? Gut, dass wir nicht gepoosht haben. Ich hab nicht gewusst, dass die zwei sind. Die sind weggerannt. Wir haben nicht die Sohn, Martin. Die Sohn ist hinter uns. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß viel. Die gehen zur Sohn rechts rüber. Oh, ein Schnaiper schießt die irgendwo von uns. Ja, von der Gangs oben und Berg, siehst du? Ja, ich seh die. Ich hab eine getroffen. Einer Tief von mir? Ja, nice. Einer Tief von mir, der andere? Ist down. Wir haben beide extrem low geschossen, Alter. Ja, die haben sich ja nicht bewegt. Jetzt war einfach schlecht, ohne Denkung. Und die hatten aber guten Loot, glaub ich. Ja, ja, die haben mediklick bis hin. Ich glaub, ich komm auch auf, ist schon alles weg, ein bisschen tot. Ja, das ist wirklich schwer. Achtung, man hat es hier. Oh, hab ich nicht zu tun. Gut shit, gut shit, Martin. Hab ihn oben. Nimm das Medipack und den Trank, Martin. Ich geh zu dem anderen. Ich hol den goldenen Raketenwerfer für dich. Und ne goldenes K. Ja. Der hat blauen Raketenwerfer noch für dich auch. Ah, hier waren lila Raketenwerfer für dich. Ein gemütlich mit dem blauen. Und ich geb dir die Skar, die Skar, die Skar, vergessen mitzunehmen, Alter. Der Typ hat mal zurückgetextet. Der Ampett. Wo ist die Skar hin, Martin? Wie hab die Skar verloren? Du hast die doch in der Hand. Ja, aber keine Ahnung, wo die lila hin ist. Geh selber schauen. Ich mach doch keine lila, ne? Ich muss Mini nehmen. Hab ihn. Was? Der hat Raketen für mich. 18 Stück. Soll ich teilen mit dir Raketen oder hast du? Ich hab 12 Stück. Okay. Da unten war noch ein Medipack. Hast du eine Skar? Ja. Okay, passt. Ich hab 700 Schuhe. Brauchst du was? Nein. Du brauchst 700. Da ist Loot Drop direkt vor uns. Naja. Wieso bist du so hyped? Ich komm gar nicht drauf. Ich weiß nicht, Digga. Ich hab grad voll Bock gehabt, das Spiel. Was sind das für Gegner? Ich weiß es nicht, Saran. Warten auf den Loot Drop? Ja. Haben dich schon auf den Loot gehabt, Saran. Nur Mist, nur Mist. Unser Loot war das Saran. Mach mal hinten zu. Warte, ich kann eine mitnehmen. Warte, man kommt hier nicht hoch. Ja, was mach ich jetzt? Schau mal, ob ich die Lappen finde. Ich hab ein Jump-Pad. Soll ich's dir geben? Ich weiß nicht, wir haben ein Base gefahren. Wo? Wir sind aber nicht in der Zone, glaub ich. Stab. Das kann sein. Kann sein, oder? Aber wir haben nichts dran. Das hier bis hier hinten. die sind runtergefallen wollen wir mit jump hit hin nein nein lass ihn nicht pushen ich gebe dir aber das jump hit ich schmelze das hinter dir her das warten wo die sonnen konnten dann schauen wir warum schnitt die den beiden zwei glaube ich der links oder noch jetzt sind glaube ich rausgerannt schon habe ich habe ihn mit sniper der typ muss noch da sein in der base dann ich hatte sieben martin gucci gucci